Ich bin jetzt in der Türkei und auch schon seit einer Woche und wollte euch noch alles mitteilen, was dann so kommt. Ich werde euch bald wieder in drei Wochen in Deutschland mit, werde ich für euch jeden Tag Videostreamen, so gesagt. Ich werde GTA, Fortnite und sonstiges machen. Und ja, ich werde natürlich halt auch, vielleicht habe ich das in irgendeinem Video angenehm, im Wasserpark gehen und dann mit einem kleinen Actioncam, habe ich euch glaube ich schon ein Video mal gezeigt, werde ich das dann halt als Film und euch das präsentieren. Und ich werde euch neue Infos geben, wenn ich hier in Deutschland bin. Also ich werde dann halt sehr viele Infos geben, mit einem neuen DLC, Fortnite und so weiter, Videos machen und sonst im Kreis. Aber das solltet ihr nur wissen, ich bin in drei Wochen wieder in Deutschland, werde ich streamen für euch und würde sagen Leute, haut rein. Und Hulu, like, aber nicht vergessen.